meinen flauschen guten tag und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal in dem heutigen video zeige ich euch neue challenges oder neue belohnungen die ihr kostenlos demnächst freischalten könnt denn aktuell befindet sich in brasilien ein karneval statt an sich so weit so gut aber was hat das denn jetzt eigentlich mit fordney zu tun wir werden jetzt diese tage wahrscheinlich neue challenges bekommen wo wir folgende belohnung kostenlos erhalten können hier legt euch das ganze mal ein wir haben dort zwei sprays eine musik dann haben wir zwei banner und zwei waffen lackierungen und meiner meinung nach sieht ja schön farbfroh und sehr schick aus also das sind auf jeden fall schicke belohnungen die ihr kostenlos freischalten könnt wann es direkt rauskommt weiß ich nicht bis zum 26 februar läuft noch der karneval in brasilien und diese sachen wurden jetzt in den spiel dateien unter dem brasilianischen karneval gefunden deswegen geht man davon stark aus dass man die jetzt demnächst bekommen sollte ich hoffe das kurze info video hat euch gefallen wenn ja lasst eine positive bewertung da wir sehen uns über morgen zu einem neuen video um 15 uhr oder vielleicht morgen schon um 15 uhr zu einem neuen video haut rein und ciao leute